Welcome back, liebe Fatman's Group, zu einer neuen Runde Little Nightmares. Ab geht die Luzi. Boah, ich hab richtig Bock auf das Game. Kein Witz. Hab schon richtig drauf gewartet, wieder ein neues Let's Play aufnehmen zu müssen. Da liegt er, der Boy. Der bräuchte mal einen Namen. Leute, Aufgabe für euch, schreibt mir einen coolen Namen für ihn unten in die Kommentare. Ich weiß jetzt gar nicht genau, worum wir aufgehört haben, aber ich glaube, in das Spiel finden wir relativ schnell wieder rein, ne? Ah, ja, 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 ja. Jetzt bin ich wieder drin. Aber da waren wir eigentlich schon oben. Und haben auch da oben gespeichert. Äh, äh, achso. Hüah! Wahnsinn, wie schnell man das alles vergisst. Wenn man ein Mongo isst. So, da hoch. Okay. Und? Wieso geht's jetzt? Vorher ging's nicht. Ist doch für den Arsch. Boah, 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 boah. Alter. Da gehen wir lieber noch mit, da weiter geht, dass wir auf der Sicherheitsseite sind. Das wusste ich aber, die Seite ist auch wieder nicht. Auf wieder. Da müssen wir erst den Hebel umklappen. Dann müssen wir den Hebel, äh, dann müssen wir erst warten, bis der Bombs hier oben ist. Zack. Hebel umlegen und rennen. Okay. Es ist doch nicht dein fucking Ernst, Alter. Okay. Oh, jedes Mal, wie er da hoch rennt ist. Aber das habe ich letztes Mal alles first try hinbekommen. Ich weiß nicht, woran das gerade scheitert. Vielleicht werde ich so hudel, gell? Soll ich vielleicht ein bisschen langsamer machen. Ach nein, mein Gott. Okay, das reicht schon, wenn ich dir so ein kleines Stück nach vorne mache. Ah, da fährt er langsamer. Aber das reicht uns ja. Wir haben es nicht eilig, gell? Wir machen Tuschee, alles in Ruhe. Aber dafür sicher. Tja, safety first, meine Freunde. Und jump. Ja, und hier haben wir eigentlich aufgehört. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da unten gestarte. Ich habe nicht letztes Mal extra noch die... Na, das haben wir ja auch noch gemacht. Das ist ja geil. Das muss ich mir echt, äh... merken. Woran das da jetzt gescheitert hat. Gescheitert ist. Ja. Ja, sag einmal, warum klappt denn heute nix first try? Das ist ja zum Kotzen. So. Runter, jetzt renn. Renn. Durch da. Und hier haben wir aufgehört, gell? Genau, ja, ja. Das Ding habe ich noch runtergeschubst. Und da ist die Kerze, bei der wir gespeichert haben. Keine Ahnung. Hat der anscheinend nicht angenommen. Wird ich mich jetzt hinhängen müssen, nehme ich an? Ja, genau. So, und jetzt sind wir weiter als das letzte Mal frei. Können wir anscheinend nur nach rechts gehen. Ach, ich habe ja ein Feuerzeug. Geht das auswendig durchs Wasser nach? Nö. Oh, das sind wieder diese Blutegel-Scheißdinger da. Okay, die machen ja schon mal Keim-Prob. Jetzt sind wir ja wieder hier. Ach ja, aber jetzt ist der Strom aus. Jetzt können wir hier quasi durch. Nice. Nice. Oh, das ist wieder so ein Auge. Oh, 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 ja, ja. Ich bin im Schatten, ich bin im Schatten. Haha. Wie ich das gleich durchschaut habe. Nein, 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 oh Gott. Nein. Wo komme ich jetzt wieder hin? Da, ich bin im Schatten. Vielleicht hätte ich mich an dem Wagen auch festhalten können. Ja. Nee, kann ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist zu weit. Also zu hoch. Nee, ich muss mit dem mitrennen. Ich muss sprinten, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, dass man sprinten kann. Jawohl. Jawohl. So, und raus dann. Lauf! Wow! Oh, oh. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Oh, das ist aber ein großer leerer Raum. Der gefällt mir gar nicht. Haben wir ein Kapitel geschafft? Kann das sein? Errungenschaft. Freigeschaltet. Das Gefängnis. Oh Gott. Treppe des Todes. Oh Gott, das geht ja noch weiter. Aber hier kann ich schon mal rein. Gehen wir jetzt erst hoch? Nee, gehen wir erst mal hier rein. Bleib da. Was sind das für kleine Männchen? Also von der Story erfährt man echt ein Nada, gell? Na, lasst doch die Tür. Sieht ein bisschen so aus, als könnte ich mich da verstecken. Ich... Oh! Was? Was war das? Habe ich da jetzt einen Geheimraum gefunden? Mach das nochmal. Ah! Das schaffe ich ja nie. Muss ich den Stuhl hinziehen vielleicht? Probieren wir es mal aus. 100 Bro. Mein Gott. Das ist ja heiß. Das ist ja kiki, Leute. Aha. Da ist der fette rote Button. Okay. Okay. Alter, wer ist der? Was bringt denn das? Das ist wahrscheinlich wie so eine Überwachungskamera, oder? Von der... Okay. Das hat gar nichts gebracht. Nice. Sehr schön. Dann gehen wir die Treppe hoch. Da geht's nicht weiter. Müssen wir noch höher. Hoffentlich muss ich da nicht wieder runter. Da hätte ich ja massivst keine Lust drauf. Alter, voll die Wohnung. Geheimknopf. Da komme ich nicht hin. Jetzt muss ich da wieder irgendwas hinschieben. Also irgendwas ist gut. Das ist ja nur der Koffer hier. So. Tala. Ah! Alter, was war das? Das war auf jeden Fall anders geplant. Kann ich hier höher springen? Oh so. Nö. Ah! Da ist ein Schlüssel. Brauche ich denn? Kann ich da hin? Kletter mal erstmal ganz hoch. Ich übersehe bestimmt wieder irgendwas. Ah ja. Ah ja. Ah! Ne. Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel brauche. Nicht, dass ich da jetzt... Oh! Was? Was war das? Habe ich ein Geheimnis gefunden, oder das? Okay. Ah ja. Schlüssel kann ich nehmen. Ah! Ich lasse doch den Schlüssel nicht vorhin. Ich sehe da allerdings kein Schlüsselloch. Nein, lass doch den Schlüssel liegen. Bitte, Junge. So. Hier jetzt. Schlüssel. Ah! Oh, hier ist ein Schloss. Ach, sag gerade. Ah, nicht das Ding. Nein, mach doch den Schlüssel da hin. Muss ich den da jetzt genau reinwerfen, oder? Okay, das war leicht, als ich dachte. Und wir fetzen ein Rätsel nach dem anderen weg, Leute. Ein Rätsel nach dem anderen. Dich nehme ich mit. Klapperäffchen. Okay, da wird es jetzt... Blöd. Da kann ich nicht hoch. Die Kiste, da kann ich nicht ziehen. Hm. Oder kann ich nicht ziehen. Ne. Das ist ja auch... Quatsch. Was halte, um ein getragenes Objekt zu werfen? Muss ich den Affen da hochwerfen? Das treffe ich doch nicht, oder? Ah! Oh, jawoll! Der Zielinger am Start. Hier kann ich, glaube ich, hochklettern, oder? Das schaut ein bisschen... Ja, genau. Achso, das bringt gar nichts. Okay. Da wäre wieder so ein Knopf, aber da komme ich ja nicht hin. Ich kann ja mein Äffchen mitnehmen. Komm, Äffchen. Jetzt werfe ich den da wieder so gekonnt hin wie eben. Ja! Okay. War vorher ein bisschen gekonnt da. Ja. So. Rats! Oh, wie klein bin ich denn? Ich dachte, ich bin ganz... Nein, ich verhungere wieder! Muss ich jetzt eine Ratte essen, oder was? Ja, scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Oh, da ist... Anmachen. Macht doch das bitte an, ha? So. Ja, dagegen kann ich ja nichts machen. Also, ich muss jetzt von alleine irgendwie hier Nahrung... Alter, bleib cool. Bleib cool. Nein, hör auf jetzt. Steh auf. Ich kann dir nicht helfen. Was soll ich machen, Junge? Da ist eine Ratte. Ist die Ratte. Ah, hier. Schau doch. Oh, da bin ich aber in dem Käfig. Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Oh. Oh, da ist die Ratte. 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 So, dann brechen wir hier mal aus, Freunde. Zack. So muss das. Geh mal lieber nach links, weil auf rechts hab ich jetzt nicht so viel Bock. So, da unten war jetzt ein Speichersymbol. Wenn der da wieder... Ich nehm mal an, dass ich da nicht weiter kann. Okay, da müssen wir doch nach rechts. Minus Spaß, Freunde. Minus Spaß. Oh, da ist so ein... Äh, okay. Sorry, mein Freund. Ich brauch dich. Soll ich da mal hoch... Ah, ich kletter hier mal hoch. Am Ende verpasse ich irgendwas. Ich verpasse immer so ungern. Ja, es war völlig unnötig. Das war mir doch klar. Und... Ach komm. So, jetzt müssen wir schnell sein, oder? Wie soll das schon wieder gehen? Kann ich da irgendwie schwingen an den Hebel? Ah. Also bis jetzt waren die Rätsel... Boah. Kann man schaffen. Ja, ja. Das brauchst du mir nicht sagen. Da bin ich selber drauf gekommen. Ha, 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 ha. Okay, die geht nicht auf. Können wir wieder hochklettern. So, hier können wir anmachen. Oder? Können wir doch. Ja, freilich können wir. Sei doch leise, Junge. Soll ich jetzt einfach hinten durchgehen? Kriegt ihr das mit? Oh! Boah, ich hab jetzt gedacht, der frisst mich oder so. Okay. Ne, alles cool. Also da können wir hier nicht langen. Muss bestimmt hier hoch oder so. Oder schleichen? Muss ich vielleicht einfach... Kann ich schleichen? Gehen wir es mal mit schleichen. Aber das hat eher ausgeschaut, als würde der mich riechen, oder? Ja, genau. Der riecht mich. Ich bin gar... Da ist niemand. Da ist niemand! Da hab ich gesagt! Nuschel ich. Huh. Okay. Was machen wir da? Nein, es riecht... Der sieht mich da nicht. Okay, doch. Der sieht mich. Dann... Ich muss... Ich glaub, dass ich hier irgendwo hochklettern muss. Aber es geht halt nicht. Da klettert er nicht weiter. Da kann ich nicht hin. Da auch nicht. Wie mach ich das? Einfach vorbei rennen? Hab ich auch noch nicht probiert, oder? Nein! Geh doch da... Geh doch da rein! Boah! Nein! Der kommt mit. Scheiße, da war ein Knopf. Den hätte ich bestimmt drücken müssen. Drück doch den Knopf! Ja, drück der... Nein, da ist ne Kurbel. Ich brauch die Kurbel. Oh, Mann. Scheiße. Müssen halt schneller sein, gell? Das kriegen wir schon hin. Boah, ich kann hier voll sliden. Habt ihr das gesehen? Kurbel? Scheiße, hätte ich jetzt gleich drehen sollen? Ich weiß es nicht. Mann, ey. Ich hätte wahrscheinlich gleich drehen müssen. Nein, oh Gott! So, Kurbel. Rein da. Ja. Ja, das geht ja nie. Na, jetzt renne ich ja nur gegen... Mein Gott. Und der war schön. Aber es... Das dauert trotzdem viel zu lange. Da, der packt mich. Ja, komm. Niemals. Wie soll das gehen? Ah! Scheiße. Warte mal. Sieht der mich nicht, wenn ich mich nicht bewege? Der sieht mich nicht, wenn ich mich nicht bewege. Oder hört mich nicht, besser gesagt. Okay, jetzt warte. Wenn der jetzt nicht reinkommt. So muss das, Freunde. Perfekt. Kurbel. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Die brauchen wir aber auch. Oh mein Gott. Ach, das hört er. Okay, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Hier ein Lämpchen. Wir zünden das Lämpchen an, speichern und beenden diese Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.